Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der graue Transporter ist viertürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 45.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.